Berlin-Neukölln Gewerbe, Dielen riesengroß, gleich rechts das erste Zimmer, 17-18 Quadratmeter, sehr sehr groß mit Laminat, zurück in die Diele, rechts geht's wunderschön weiter mit einem riesigen Wand und Duschbad, separat große Feierfläche in der Mitte, sogar zwölf Quadratmeter Bad. Hier im Bereich für die Garderobe oder zum Essen. Das gibt's nach hinten. Jetzt haben wir hier den riesigen Küchenbereich mit Spül und Erd. Erd ist bestellt, mit großem Essbereich und mit ca. 8 Quadratmeter Terrasse, wenn die Fahrräder weg sind. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss an dem schönen Teil ein Gäste-WC. Ganz schön in der Ecke. Da sieht man die Linie wieder. Jetzt kommen wir zu den anderen drei Zimmern. Jetzt sind wir ca. 17-18 Quadratmeter mit Laminat. Zugang zu 30 Quadratmeter Kellerbereich. Komplett unterkellert. Das vorletzte Zimmer ist ein bisschen kleiner auch. hat nur eine Fläche von 16 bis 17 Quadratmeter. Auch mit Laminat zur Straße. Und das vierte Zimmer. Das ist das größte mit ca. 25 Quadratmeter Laminat natürlich. Und das war's. Hier wieder der Ausgang zum Treppenhaus.